Wie geht das einfach jetzt langsam? Sie müssen viel schneller spielen. Absolut. Es ist natürlich immer so eine Sache mit den K.O. Spielen. Es ist halt nie ganz einfach. Gibt es eine Überraschung? Ja, vielleicht. Du, wo ist der Grös? Sind wir im Stress? Ja. Herr Grös! Entschuldigung, ich war gerade hier draußen. Weiss ich was, die Seife am WC riecht gut. Darf ich mal schmecken? Drei, zwei, eins und ... Dann ist es so weit. Ab ins Stadion. Der Taktik-Talk wünscht Ihnen viel Vergnügen.